Heute ist Sonntag und es ist ein Familientag, wie ich ihn nicht oft habe. Meine Kinder sind aus den USA angereist, mein Mann ist da, meine Mutter. Und mein Bruder und seine Kinder werden am Nachmittag alle hier sein. Wir Nospurs. Solche Treffen sind bei uns deshalb selten, weil meine Kinder nicht so oft nach Europa kommen, mein Mann sehr viel unterwegs ist und ich auch. Wenn ich das über meinen Beruf sage, so ist das keine Klage. Sondern es gehört dazu. Schauspielerei bedeutet ein reisendes Leben, was aber auch heißt, dass es ein erlebendes Leben ist. Es ist einerseits rastlos, andererseits hat es keinen Stillstand. Es ist die Abwesenheit von Gewohnheit. Und das mag ich. Hallo, mein Name ist Desiree Nospurs und ich lese mein Buch Endlich noch nicht angekommen ein. Um was geht es in dem Buch? Um ganz, ganz viele Geschichten aus meinem Leben. Ich war allein und wollte auch nicht als Besucher kommen. Ich wollte bleiben. Als ich nach dem langen Flug dann in New York City gelandet war und die umständliche Prozedur der Einreise hinter mir hatte, stand ich erstmal einen langen Moment am Ausgang des Flughafens JFK. Ich holte tief Luft. Sollte das die Luft meiner nächsten Monate vielleicht Jahre werden? Klingt es hier anders? Ich hörte das erste Mal genauer hin. Die Motoren der Autos, das laute Bremsen der Busse, das Schlagen der Türen und die Stimmen. Ja, fremd, aber nicht völlig. Denn ich konnte schon etwas Englisch sprechen. Ich hatte ja auch in meiner Zeit bei der Musikbox englische und amerikanische Musiker interviewt. Ich versuchte, mir jedes neue Wort zu merken und zu verstehen. Ich stand am Ausgang des Flughafens, meinen Koffer neben mir, einen Stadtplan in der Tasche und einen festen Plan im Kopf. Ich war sogar etwas stolz auf mich, denn mit nur 17 Jahren hatte ich das alles bisher ganz alleine geschafft. Und dann versuchte ich, irgendwo in der Ferne die Hochhäuser New Yorks zu sehen. Der Flughafen war aber zu weit außerhalb. Ich nahm eins dieser gelben New Yorker Taxis und musste an Brunos Vater aus dem Film Fame denken. Und als das Taxi sich dann New York näherte, ich die glitzernd leuchtende Skyline Manhattans erkannte und wir über die Brooklyn Bridge fuhren, stieg in mir ein Gefühl von Vertrautheit auf. Ich war ja schon einmal dort gewesen und kannte New York aus zahlreichen Filmen. Doch dieses Mal wollte ich von diesem Gebilde aus Häusern, Straßen, Menschen und großen Träumen aufgenommen werden. Ich, zwei Adressen in der Tasche, sonst nichts. Vielleicht habt ihr Lust reinzuhören. Ich würde mich sehr freuen. Ich, zwei Adressen in der Tasche, sonst nichts.